Hallo und herzlich willkommen zu Gedanken der Zeit. Heute reden wir über den Albtraum und natürlich darüber, wie wir gegen diesen Albtraum angehen können. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, ich denke Albträume hat schon jeder von uns gehabt. Ich habe glücklicherweise ganz, ganz selten einen Albtraum. Also, dennoch denke ich mal, dass einige unter uns hier und da wieder einen Albtraum haben und da spielt es ja eigentlich keine große Rolle, in welche Richtung diese Albträume gehen. Es sind einfach nur, ja, beklemmende Dinge, die wir in diesen Träumen erleben und für mich sind Träume allgemein ja auch immer in der Mentalebene zu finden. Und wenn wir uns schauen, woher das Albt kommt, es wird ja entweder mit B geschrieben oder auch mit P, ist immer so ein bisschen verschieden. Also, es kommt eigentlich halt von den Elfen, von den Alben abgeleitet. Und in der mystischen Mythologie der Germanen sind es die Naturgeister, die für die Träume zuständig sind. Und man nennt es wohl auch Nachtalp und Mart. Je nachdem halt. Ich glaube, es kommt darauf an, wie sag ich mal, in welcher Region man so lebt. Aber im Allgemeinen ist Albtraum, glaube ich, so das weitgängigste, wie man das bezeichnet. Und früher wurde es noch so dargestellt, dass ein Alp halt auf einem sitzt und einem sozusagen die Luft so ein bisschen raubt. Er macht so dieses bedrückende Gefühl. Wenn einer auf einem sitzt, hat man ja auch ein bedrückendes Gefühl. Und dieser Alp, und das fand ich sehr interessant, sitzt nicht nur auf der Brust des Schlafenden oder der Schlafenden, sondern er pflanzt in den Traum, einen Albtraum ein. Also negative Gefühle, negative Energien. Und wenn wir jetzt diesen Alp, sagen wir nur mal als negatives Energiefeld sehen, das vielleicht bei uns in der Nähe ist oder weil das Bett falsch aufgestellt ist oder was das auch ist. Das haben wir ein bisschen bei alten Traditionen gegen böse Geister besprochen. Dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass man manchmal einfach in so einem Feld ist und wenn man dann mental träumt, dass man dann dieses Feld anzapft und diese negativen Energien dann in uns hineingehen und uns damit halt Albträume bescheren. Was sind die Ursachen für Albträume? Erstmal natürlich gibt es die völlig normalen, die banalen. Also das heißt, man hat Stress im Alltag, wie es hier auch steht. Schlimmer ist natürlich, wenn man ein Traumata erlebt hat und das versucht zu bewältigen. Und dann habe ich, sage ich mal, noch diese normalen Dinge wie, ja, man grübelt über etwas nach und findet keine Lösung. Es ist ganz schwer, da irgendwie einen Klarsinn für sich zu kriegen. Und das beschäftigt einen ja dann immer noch in den Träumen, so wie wir das ja auch von Tagträumen kennen und so weiter. Dann wird hier noch, dass man Depressionenauslöser dafür sind. Auch eine Schlafapnähe kann dafür sorgen, dass man Albträume hat, weil man einfach keinen geruhsamen Schlaf bekommt. Die Tipps beim Albträumen. Kontrolliere deinen Medienkonsum, finde ich auf jeden Fall gut. Also ganz abends da noch einen Horrorfilm zu schauen, ist natürlich sowieso übel, obwohl ich die sowieso nicht mehr schaue. Stress produzieren, klar, ist aber manchmal nicht so leicht zu vermeiden, wie es sich anfühlt. Ich finde trotzdem, dass man vielleicht abends, ja, ein kleines Ritual halt vollzieht, bevor man schlafen geht. Ich weiß nicht, vielleicht ein Räucherstäbchen noch anzündet, was natürlich sicher abbrennt, ne, oder vielleicht nochmal die Glocke läutet oder irgendwas tut, was einem hilft, wenn man jetzt wirklich des Öfteren nach Albträumen geplagt wird. Dann stimmt auf jeden Fall was nicht mit diesem Energiefeld, weil sonst würden die ja nicht kommen, denn es passiert ja nichts ohne Ursache und Wirkung. Traumtagebuch führe ich sowieso. Also das kann ich nur empfehlen. Ich habe immer dieses Buch neben meinem Bett stehen. Ich trage da aber nicht jeden Traum ein, sondern so die für mich ja relevantesten oder die so real waren, dass ich dachte, ich war selbst da, ne. Also ein Traumtagebuch finde ich sowieso toll. Einfach mit Datum dabei schreiben und da mal zwischendurch reinzublättern, das ist schon sehr interessant. Ja, Selbsttherapie. Im Wachzustand erinnerst du dich an den Albtraum, veränderst aber den Verlauf in den Gedanken, also in den Gedanken, die man hat. Träumst du also immer von einem Riesen mit Fangarm, dann stellst du dir im Wachzustand vor, wie der Riese ganz klein, zahm und sanft wird und ihr als beste Freunde vom Platz zieht. Das geht ja dann schon in luzides Träumen, das kommt auch gleich, meine ich. Ich finde, luzides Träumen ist da ein sehr guter Ansatz, diesen Traum, wenn man in diesem Traum ist, ihn nämlich zu lenken in eine ganz andere Bahn. Während bei Kindern Albträume ganz normal sind, das finde ich, was heißt hier normal, das dürfte gar nicht sein, dass ein Kind überhaupt Albträume hat, weil es dürfte überhaupt nicht in der Stresssituation sein oder Traumata erlebt haben, dass es da völlig normal ist, dass Kinder Albträume haben, das finde ich überhaupt nicht normal. Also auch dagegen würde ich sagen, da muss man auch dringend was machen, wenn natürlich einer der Kinder sowas hat, dann muss man sich auch was überlegen, weil ich finde das überhaupt nicht normal. Und im Laufe der Kindheit immer seltener werden. Sind immer wiederkehrenden Albträume bei Erwachsenen ein Zeichen, dass man sich mit etwas auseinandersetzt. Hier kann luzides Träumen helfen. Ja, und das glaube ich, ist wirklich auch ein guter Ansatz. Beim sogenannten Klartraum handelt es sich um einen von Träumen im gesteuerten Traum. Und ich hatte ja mal erwähnt, ich hatte schon mal ein Video gemacht, das musste ich nochmal runternehmen. War so eine Partnerschaft. Deswegen werde ich jetzt auf jeden Fall ein Video machen zum luzides Träumen. Weil ich glaube, das ist sowieso ein wichtiger Aspekt. Wenn man nämlich in den Träumen anfängt, die zu steuern, dann hilft das auch, wenn man mental wandern will. Das ist dieselbe Ebene. Sie ist zwar ein bisschen anders verstrickt, aber trotzdem ist es dieselbe Ebene. Und wenn man gut luzides Träumen, ja, bewerkstelligen kann, dann geht es auch langsam in die Richtung, wo man auch wirklich mental wandern kann. Also mentales Träumen gegen Albträume finde ich auf jeden Fall gut, weil man den Traum ja dann einfach umändern kann, so wie da eben, wie der Riese dann ganz klein wird und hat vielleicht einen Lolli in der Hand oder was weiß ich. Da finde ich das auf jeden Fall einen sehr guten Ansatz. Und natürlich, ja, die Allgemeinsachen, wie hier eben aufgeschrieben, Stress reduzieren und so weiter, hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube, das luzides Träumen, das ist der Schlüssel, um das wirklich, ja, dieses Feld aufzulösen oder halt wieder Negatives in Positives umzuwandeln. Und ich finde, das ist immer der beste Prozess, den wir im Allgemeinen vollziehen können. Ja, das war's schon. Ich wollte hier nur einen kleinen Bereich ansprechen, weil ich gehe dann darauf tiefer nochmal ein bei ein luzides Träumen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ihr habt ein paar Anregungen bekommen, wie man vielleicht doch den einen oder anderen Albtraum bewältigen kann. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich ganz, ganz schöne Träume und angehenehme Träume. Passt auf euch auf. Macht's gut. Tschüss.